Das Leonardo Hotel Haifa liegt in Haifa in Israel. Das Leonardo Hotel Haifa ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Vier Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden vier von sechs Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben fünf von sechs Sonnen. Hotel allgemein, Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von vier von sechs Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben vier von sechs Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit vier von sechs Sonnen als gut bewertet. Service Für den Service vergeben die Gäste des Hotels drei von sechs Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.